Dieses Schiff nähert sich der Auftankroute des Allianz Supercarriers. 76 Sekunden zum Ziel. Verdammt! Ah, das war's dann also. Ich habe gute und schlechte Nachrichten. Der Vogel hat was abbekommen und die Düsen sind im Eimer. Man kommt also nur mit Schwerkraft hier weg. Und die Guten? Das waren die Guten. Bei aktueller Geschwindigkeit 53 Sekunden zu ziehen. Ja, ja, ja. Die schlechten Nachrichten? Der Timer ist hin. Ich muss sie von Hand zünden. Das machst du nur einmal. Wir sterben alle irgendwann. Geh lieber sechs, die brauchen dich da unten. Hör mal, Reach war gut zu mir. Zeit, sich zu revanchieren. Nimm mir das nicht. Die sollen sich reinhängen. Wir sind nicht. Wir sind uns. Wir haben die Europäische400-Nuem². Vach싶. Wir sprechen hier. Wir sind ebenso denominator. Wir sind 24. Überraschung Baby, hey back Peter up Peter up Peter up Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wir haben Startfreigabe. Starten Sie sofort! Zivilistentransporter startet. Sie haben heute viele Leben gerettet, Spaten. Er ist sechs. Leg los, Noble 2. Wir haben deine Transponder-Signale vor einer Stunde empfangen, konnten aber keine offene Leitung riskieren. Die Allianz hat die Stadt fest versiegelt. Kein Zeichen von George. Er hat's nicht geschafft. Verstanden. Wie sieht's am Starport-Ausgang aus? Die letzte Ladung ist raus. Okay. Wir kommen dich holen. Untertitelung. BR 2018 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 Der Bericht wird noch warten müssen, Lieutenant. Die Allianz blockiert die Verbindung zum Kommando. Cat braucht dich für einen Gegenangriff. Schön, dich wiederzuhaben. Leider nur mich. Mach ihn stolz. Seht euch das an. War mal das Kronjuwel. Aber das war mal. Hey, du hast es geschafft. Ist ja ein richtiges Familientreffen. Behalte sie. Er hat sie dir gegeben. Ich ehre ihn auf meine Art. George sagte immer, er würde Reach nie verlassen. Unser Großer war wirklich sentimental. Er gab sein Leben, um den Planeten zu retten. Bewundernswert. Sir, sollen die Teams Gauntlet, Red und Echo wirklich die Bevölkerung evakuieren? Das sind klassifizierte Informationen. Das sind klassifizierte Informationen. Ich höre, was ich höre. Aber wieso werden Spartans zu Evakuierungen beordert? Die Verbindung zu Satcom, Cat. Bin dran. Aber hier gibt's mehr Trümmer als Empfänger. Sie haben meine Frage ignoriert. Du fragst, ob wir verlieren? Ich weiß, wir sind am Verlieren. Ich will wissen, ob wir schon verloren haben. Colonel Holland. Was macht er auf einem offenen Kanal? Schalt auf laut. Im Südwestquadranten der Stadt. Over. Sierra 259. Ich autorisiere eine Aufhebung der Funksicherheitsprotokolle für die Verbindung mit diesem Kanal. Sichere Verbindung, Cat? Sicher, kann ich nicht garantieren. Findet die Allianz uns damit? Ich könnte es. Noble 1. Dies ist ein Ruf höchster Priorität. Wenn Sie empfangen, sofort bestätigen. Kurzfassen. Karte her. Ja, Sir. Da bewegt sich etwas. Mehrere Allianzfahrzeuge räumen das Gelände. Und Sie haben's eilig. Wie oft zieht sich die Allianz schon grundlos zurück? Strahlungssignal. Groß. 40 Millionen Röntgen. Holland ist weg. Was ist los? Atomare Spannung stört das Signal. Jetzt 90 Millionen. Quelle? In der Luft. Nah. Wie nah. Dota! Erste Verglasung? Meine auch. Keine Panik. Bin dran. Auf Sub-Ebene 2 gibt es einen Atombunker. 96 Meter nordöstlich. Schon was von Holland, Sir? Wir werden zur Schwertbasis versetzt. Schwert? Gehört doch der Allianz. Deshalb schicken Sie uns auf eine Abfackelmission. Damit Dr. Hallsäte Ausgrabungsdaten nicht den Feindes anfallen. Wenn Sie sie nicht schon haben. Vielleicht. Aber Lord Holland sucht die Allianz noch nach etwas. Wie kann er eine Zerstörungsmission als höchste Priorität ergreifen? Los, los, hier rein! Na los, komm! Türen schließen! Schnell! Schnell! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir müssen uns auf unseren Auftrag konzentrieren. Bringen wir es hinter uns. Bist du in Position 6? Bestätigt. Gut. Befehle ausführen.